Ja hallo liebe Freunde, heute ist M&M wieder unterwegs und heute berichte ich aus Oberkassel Bad Perfilmerie Becker, wo unser Kompetenzpartner Stefan Nülsdorf den ganzen Shop auf LED-Technik BG-fördermäßig umgerissen hat. Eine relevante Aufgabe, die noch offen war, war der Schminkspiegel, den der Schreiner vorbereitet hat, aber ohne Lichttechnik. Die Aufgabe übernahm Stefan Nülsdorf mit uns gemeinsam und wir haben das Optimale dabei rausgeholt, den wir bei dem Beitrag gleich sehen werden. Hier sehen wir nun die verbauten Artikel. Das Brumberg COB-Band Tunable Wide mit dem passenden Netzgerät und dem Casami-Modul PWM4. Das Ganze haben wir auf ein Aluminiumprofil aufgebracht, das LED-Band, um das Sauber die Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Noch angelötet und ein Netzwerk erstellt für das Casami-Modul PWM4. Dann haben wir einen Testdurchlauf fahren lassen, ob auch alle Lichtfarben sauber funktionieren von kaltweiß auf warmweiß. Die perfekte Situation für das Schminken. Das Ganze, um es einfach zu bedienen, haben wir einen In-Ocean-Schalter noch mit eingebunden, den die Mitarbeiter einfach und ohne große Erklärung bedienen können, um die passende Lichtfarbe für die Schminkssituation herauszuholen. Von kaltweiß auf warmweiß, sozusagen für die Abendstimmung und für die Tagessituation. Seht nun, wie das Ganze hier aussieht. Wir freuen uns, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Euer Brumberg Team.